Das kann doch nicht wahr sein. Das war bisher genau geplant. Wachtalow. Hm. Ach komm. Du bist doch ein Shooter und kein... Ich irre jetzt hier um die halbe Welt spiel. Das ist dann ein bisschen schwersehentlich ein blöden Weg zu finden, oder? Au. Wo kam der jetzt eigentlich diese komischen dicken Kunden her? Hm, da komm ich wieder dahin. Das nützt mir allerdings nur begrenzt was. Ich hab'n Ausgang gefunden, ne, endlich. Ich glaub' das ist noch nicht das letzte Level gewesen. Also, das weiß ich, dass das nicht das letzte Level war. Aber, äh, ich überschreite diesen Spielstand. Das ist halt die Frage, wie groß dieses Level hier ist. Hm. Scheinlich viel zu groß. Es sieht auf jeden Fall nicht ganz klein aus. Und es sieht auch nicht wirklich aus, wenn das hier das aller allerletzte Level wäre. Weil hier kein wirklicher Endgegen oder irgendwas dergleichen steht. FEAT. Ja, gerade eben beschlossen, dass das nicht aussieht, wenn das das letzte Level wäre. Aber, ich muss ehrlich sagen, das ist ein sehr gemeines Level. Da liegt eine Schachtel Raketen rum. Ja, nehme ich mit. Okay, hier ist ein Teleporter. Und vor allem, ich durchlevele halt wieder so riesengroß, dass es komplett unübersichtlich ist. Was mir dann in Wahrheit auch eher mittelmäßig gut gefällt. So, da ist nochmal ein Kollege. Ich habe nicht mehr viel... Jetzt habe ich wieder viel Leben. Äh... Kriege ich das hin, darüber zu gehen, ohne dabei abzusterben? Hier brauche ich die rote Karte, das nützt mir aber nichts, weil ich habe nur die blaue Karte. Hier brauche ich ebenfalls die rote Karte, das nützt mir genau so viel, weil ich habe immer noch nur die blaue Karte. Hier kam ich nur mit der blauen Karte durch. Und hier komme ich auch nur mit der blauen Karte durch. Führt mich, dass ich in diesen gleichen... Äh... Ah... Gleichen Raum. So sieht es ja aus. Dann muss hier im Labyrinth irgendwo wahrscheinlich die rote Karte versteckt sein. Und das, wo ich so hervorragend darin bin, diese blöden Labyrinthe zu lösen. Toll. Hm... Hm... Äh... Guten Tag. Einen schönen guten Tag. Guten Tag. Hi. Hallo. Und ja... Tschüss. Äh... Hier legt nochmal einen Raketenwerfer rum. Den kann man auch noch sehr gerne mitnehmen. So... Hier geht es nicht weiter. Hier... Scheint ich dann auch nur begrenzt weiter zu gehen. Wo? Können wir jetzt nochmal... Über neue Munition nicht freuen? Hey. Da komm ich wohl gar nicht rüber. Dann komm ich da halt nicht rüber. Jetzt komm ich da bestimmt rüber. Ja... Äh... Äh... Kommt da nochmal? Ja. So. Okay. Ich brauche immer noch einen roten Schlüssel. Toll. Habe ich ja jetzt unfassbar viel gekonnt. Und... Den durchlichen roten Schlüssel gibt es hier leider nicht, ne? Da ist da hinten auch irgendwas, was ich gesehen habe. Nein, da war noch der blöde... Nein, nein, nein. Blöde Knopf. Okay. Das ist in dem Sinne jetzt nicht das Optimum. Oh. Dann muss ich noch hier und hier nicht weitergehen. Oh. Ah. Gut. Dann ist hier keiner. Oh. So. Ah. Oh. 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 Ich möchte mich gerne eigentlich jetzt hier mal nicht rauspuppen. Weil ich in Wahrheit immer noch Hoffnung habe. Das hier vielleicht doch noch irgendwo die blöde... ...dicher blödiger Bestüchel liegen könnte, irgendwo in einer Ecke verwinkelt, versteckt. ... ... Hi. Hm. Was werde ich jetzt mit dem Dich den Knopf aktiviert haben? Ich hab keine Ahnung. Ich kann höchst nicht noch mal rausgucken. Ich wollte schon lange aufhören, hab nicht mal gesagt, ich hab nochmal. Hm. Äh. Hab ich hier überhaupt irgendwas aktiviert? Ah, ich hab die rote Karte. Warum sagt mir das nicht keiner? ... Vielen Dank.